Hallo, heute ist Montag, der 9. November 2020. Ich bin hier wieder mal unterwegs und nehme euch heute mit zu den Bracklin Falls, die Wasserfälle hier gleich in der Nähe von Calanda. Aktuell stehe ich hier auf dem Tomna Kesaik. Das ist hier ein kleiner Hügel. Das ist der Hügel von St. Kesok. Das ist so eine kleine ehemalige Burg oder sowas. Nicht ganz bekannt. Und von da aus gehe ich dann jetzt sozusagen zu den Wasserfällen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin jetzt hier den Hügel schon ein Stück weit hochgelaufen und habe mich jetzt gerade mal hier auf eine Bank gesetzt. Einmal um ein bisschen durchzuschnaufen, weil irgendwie bin ich heute nicht so fit. Aber gut, zu den Wasserfällen werde ich es trotzdem schaffen. Gerade habe ich bei dem, da ist so ein Süßigkeitenladen da unten und da stand einer davor und hat Werbung gemacht und hat mich erstmal da reingeholt und ich sollte mir das alles mal anschauen. Und ja, wir haben uns ganz gut unterhalten und dann hat er mir gleich seine Deutschkenntnisse gezeigt. War auch sehr nett und habe ich mich auch mit der Chefin da unterhalten von dem Laden und die hat mir auch gleich ihre Lebensgeschichte erzählt. Also war auch sehr nett alles. Hier auf der Bank, ich weiß nicht, hier muss irgendwo ein Fuchsbau sein, weil hier stinkt sowas von nach Fuchs. Das ist ganz intensiv, dass ich glaube ich gleich gehen muss. Oder es pinkelt wirklich jeder Hund an die Bank, auf der ich hier gerade sitze. In den Kommentaren zum letzten Video wurde ich gefragt, warum wir überhaupt nach Schottland sind. Was so die ausschlaggebenden Punkte sind, warum wir nach Schottland gezogen sind. Also ein erster Punkt, würde ich sagen, ist einfach die faszinierende Landschaft hier. Die Landschaft hier, die ist wirklich unvergleichlich. Ich habe sowas noch gar nicht gesehen. Wenn man hier durch die Landschaft läuft, die Farben und die Formen und Kombinationen vom Himmel, von den Pflanzen, von den Bäumen, den Mose und alles. Das ist sowas von schön alles und harmoniert so zusammen. Es wirkt auf uns alle wirklich faszinierend. Und das ist, würde ich mal sagen, Punkt 1, warum wir hier sind. Ja, ich laufe jetzt mal ein Stück weit da hoch, den Berg wieder. Es stinkt einfach zu stark hier. Und ich setze mich vielleicht auf eine andere Bank. Aber hier einfach rumzulaufen, das ist schon mal echt ziemlich geil. Ich laufe jetzt mal, ich laufe jetzt. Ich hatte ja als Punkt 1 gesagt, dass die Natur hier so faszinierend ist. Und ich bin hier wirklich an einem Punkt, der ist unglaublich faszinierend. Ich zeig das einfach mal hier. Das sind die Bracklin Falls. Der zweite Punkt, warum wir nach Schottland gezogen sind, ist einfach der, dass hier so unglaublich viel Geschichte ist. Es ist wirklich immer spannend. An jeder Ecke findet man ein Stück Geschichte, eine Burg, eine alte Brücke. Irgendwas, was zeuge einfach dieser interessanten Vergangenheit hier in dem Land ist. Es wird also niemals langweilig und ich bin sowieso ein großer Fan von Burgen und von dieser ganzen Geschichte hier. Das heißt, ich finde hier einfach immer was, womit ich mich befassen kann, womit ich mich vor allem draußen befassen kann. Was nicht unbedingt vorm Computer stattfindet, sondern was wirklich outdoor eben stattfindet. Das war es auch. Der dritte Grund, der mir jetzt spontan einfällt, warum wir nach Schottland sind, ist, dass hier die Bevölkerungsdichte so unglaublich dünn ist. Ganz Schottland hat 5,5 Millionen Einwohner. So im Vergleich, London hat schon, glaube ich, über 8 Millionen Einwohner. Das heißt, wir können hier richtig weit laufen, ohne dass wir irgendjemandem begegnen. Hier ist an vielen Stellen einfach alles wild, nichts bebaut. Es ist einfach ein Stück weit ursprünglicher. Und das macht es aus, es ist einfach wilder. Und da hat die Natur einfach mehr Kraft und es macht mehr Spaß zu laufen, zu wandern. Und hier einfach zu gehen, ist einfach ein richtiger Genuss für die Augen. Das ist einfach ein ganz wichtiger Grund für uns gewesen. Untertitelung des ZDF, 2020 Als vierten Grund würde ich nennen, dass wir einfach aus dem deutschen kleinkarierten System raus wollten. Wir wollten wohin gehen, wo nicht wirklich alles vorgeschrieben ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier an diesen Wasserfällen bin, hier steht kein Schild, dass ich hier nicht runterfallen soll. Macht natürlich auch Sinn, dass man nicht runterfällt, aber ich möchte es nicht immer vorgeschrieben kriegen. Es ist nicht für alles ein Schild notwendig. Ich möchte irgendwo auch freie Entscheidungen, ein Stück weit freie Entscheidungen haben. Und es soll einfach alles ein bisschen wilder sein, ursprünglicher, was ja auch mit den anderen Gründen auch irgendwo zusammenhängt. Aber man findet hier kein Geländer, man findet hier keine Schilder. Es ist hier bis auf die Brücke so, wie die Natur das hier eingerichtet hat. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter auf das deutsche System eingeht, es ist eine unglaubliche Bürokratie. Es ist ein System voller Stress. Da wollten wir einfach raus aus dem System. Dass wir einfach ein Stück weit mehr eben das machen, was wir wirklich gerne machen möchten. Und bis jetzt ist es so vom Gefühl, dass es hier eher möglich ist als in Deutschland. Der Griff vom System ist hier einfach nicht so stark wie in Deutschland. Wir gehen ein Stück weit ins Unbekannte. Und gerade das ins Unbekannte reinzugehen, das ist auch das Reizvolle an dieser ganzen Sache. Dass nicht alles von früh bis abend, von Anfang des Lebens bis zum Ende des Lebens durchgeplant ist. Es macht einfach mehr Spaß, wenn da ein Stück weit mehr Offenheit ist. Ja und der fünfte Grund, der hat eigentlich gar nichts mit Schottland zu tun. Wir wollten eigentlich vorher nach Kanada und durch diese ganze Corona-Geschichte sind die Grenzungen von Kanada dicht. Und die ganze Einwanderungsprozedur nach Kanada ist ziemlich schwierig. Und man bräuchte dann auch einen Job oder extrem viel Geld. Und ja, da ich ja eine eigene Firma habe, brauche ich natürlich auch keinen Job und will ich auch gar keinen. Aber für das Visum bräuchte ich einen eigenen Job oder ich investiere einfach mal 600.000 kanadische Dollar. Und das ist gerade im Moment nicht möglich. Ja, Kanada ist aktuell zu und wir wollten einfach jetzt was anderes machen. Es war an der Zeit für uns was anderes zu machen. Schottland war Plan B und hat sich jetzt dann zu Plan A gewandelt. Das ist wirklich wunderschön hier. Wir sind sehr zufrieden bis jetzt. Es ist jetzt ein Monat, wo wir hier sind. Und ja, ich würde sagen, bisher ist alles top gelaufen. An dieser Stelle möchte ich das Video jetzt auch beenden. Und zwar schaue ich mir jetzt einfach noch ein bisschen den Wasserfall an und nehme auch noch ein paar Geräusche vom Wasserfall auf. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Abonniert den Kanal. Und ich freue mich auf jeden Kommentar. Ich wünsche euch das Beste. Bis bald. Tschüss. 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 Musik Musik